Wir sind heute hier im Snow Space Salzburg und probieren die zwei Angebote aus der Salzburg-Vorteilswelt-App aus. 1 plus 1 Gratis-Tagesticket am Geisterberg und 1 plus 1 Gratis-Tagesticket am Grafenberg in Wagrein. Und wenn wir schon dabei sind, die Vorteilswelt-App der Salzburger G präsentiert sich im neuen Design. Es gibt größere Kacheln, die Sortier- und Filterbutton sind übersichtlicher dargestellt. Man kann jetzt auch an Gewinnspielen teilnehmen. Zum Beispiel haben wir gerade Gewinnspiel Birnein am Wolfgangsee. Ganz einfach. Ja, ich möchte teilnehmen. Auf teilnehmen klicken und fertig. Und schon ist man dabei. Man hat auch die Möglichkeit, dass man Gutscheine verschenkt. Zum Beispiel verschenke ich jetzt die 24-Stunden-Karte. Verschenken. Ganz einfach. Per E-Mail, SMS oder WhatsApp. Mit der Gondel geht es von St. Johann Alpendorf hinauf auf den Geisterberg. Und oben angekommen, kann man dann gleich den wunderbaren Ausblick auf die Alpen genießen. So, jetzt sind wir angekommen da herum auf 1575 Meter am Geisterberg im Snow Space Salzburg. Und schauen einmal, was heute so zu machen gibt. Versprochen einiges, wenn man sich die Karte so ansieht. Uns führt es aber gleich zum großen Teich, über den schon Hermann Maier für Werbeaufnahmen gefahren ist. Aber das ist noch nicht alles. Es ist so cool da. Immer warm, immer warm. Das war's. Vom Geisterberg im Snow Space. Ost Space Salzburg mit der Salzburger Gevorteilswelt. Und jetzt geht es weiter zum Wagreinis Grafenberg. Dazu nehmen wir die Gondel vom Wagrein aus auf den Grafenberg. Hier präsentiert sich die Natur- und Bergerlebniswelt für die ganze Familie von seiner besten Seite. Das ist übrigens der Wagreini, das Maskottchen vom Grafenberg. Und der führt uns jetzt am Berg herum. Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende angelangt. Das war unser erlebnisreicher Tag am Geisterberg und Grafenberg im Snow Space Salzburg. Wie man sieht, ein Paradies für Kinder und das perfekte Ferienprogramm. Also gleich zusammenkunde werden, Vorteilswelt-App downloaden und die Angebote einlösen.